Musik So Leute, willkommen zum neuen Video. Wir sind die Freekickers und wir machen heute ein Battle, nämlich der Consi gegen mich. Und das Besondere dabei ist, Consi? Wir haben hier einen Profi-Torwart. Ich habe gehört, es soll der beste YouTube-Torwart sein. Also es wird alles andere als einfach. Es geht darum, wer als erstes fünf Tore hat. Das ist schon die Challenge. Wir schießen Freekicks. Consi, hast du Angst? Geht so. Ich habe eher Angst vor dir. Also fangen wir einfach mal an. Ihr werdet sehen. Let's go. Okay, Consi, zeig mal dein erstes Ding. Erstmal aufwärmend. Man will ja nicht den besten Keeper auf YouTube hier direkt losstellen. Ich bin gespannt. Boah, die sind so eklig. Flattern die, ne? Unfassbar. Geh auch mal langsam an die ganze Sache dran. Können wir auch mal festhalten, oder? Ich weiß auch mal, wenn Consi in dem Tor stehen würde, ne? Jetzt kommt der Flatter, weil da habe ich schon wieder Angst. Weil die kann der Consi. Boah. Super, Bruno. Kann man auch mal festhalten. Boah, man kann auch festhalten. Boah. Ach du. Schlecht. Ich habe den kurzzeitig drin gesehen. Okay, ich flatter jetzt auch mal einen ins Tor. Bist du dir ganz sicher? Ich glaube schon. Ohchte. Und du hast so angekulassen. Da war er dran! Ey, das ist Bruno, das war super gehalten. Ui! Der war schwer, würde ich sagen. Da fehlt nicht viel, Consi. Ich frage mich, wenn der aufs Tor gehen würde, ob Bruno den hätte. Ich glaube nicht. Hätt es den gehabt, der wäre echt schwer geworden. Er war noch bei meinem Schuss vertieft, wo er gesagt hat, 50, 50. Dann hatte ich überlegt, waren das doch vielleicht 60, 50? Und dann so, ah nee. Und sie schießt jetzt auf jeden Fall wieder drüber. Ja, der Eimer nicht aufgepasst. 3-1. Da haut einfach alles raus. Das gibt es doch nicht. Und die GoPro ist im Arsch. Wenn du Pech hast, hast du Pech. Es geht weiter. Das ist immer der gleiche Schuss, oder? Ja, aber der... Ja, aber... Das sind auch echt nur mal diese... Ja, aber... 2 cm. Okay. Technik. Oioioi! Wie hält der denn? Ja, mehr als du hinzeigen kann ich nicht mehr. 3-2. Ich glaube, der ist jetzt verunsichert. Jetzt läuft es am Schnürchen. Ich mach den gleich noch mal zu fliegen. Die Kameramännern schütteln nur mit dem Kopf. 2-1. Hält der einfach gut. Ist einfach stark. Vor allem der ist auch nicht so einfach. 4-2. Ist jetzt eigentlich jeder Schuss von mir ein Matchball? Ja, an sich schon, ja. Oh, jo! Hast du gesehen? Der schmeißt sich noch nicht mal, der Torwart. Aber du warst ja irgendwie... Mit ein bisschen zu wenig Speed. Zu wenig Speed? Okay. Klare Ansagen hier. Aha. Okay. Jawoll! Glaubst du, es wird Zeit wieder für einen Platterball? Boah, der war stark. Ah! Der ist noch so ein bisschen hinten rüber, weißt du? Ja, aber der war zu... Der ist wieder runtergekommen. Der war zu ungenau. Ui! Kennt er nix. Als wäre er so betrunken. Wuhu! Das ist auch so ein Torwartball. Kann man fangen. Ja, okay. Ja, okay. Ja. Ja und ..." Ich Junt gut.